Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeon Hunter 4 und einer neuen Aufnahme. Ja, wir machen erstmal die hier platt. Jawoll, die hätten wir erledigt. Was ist das hier? Achso, so ein komisches Totem. Das ist aber alles kein Problem für uns. Wir suchen hier nochmal ein bisschen die Gegend ab, aber ich glaube hier gibt es auch nichts mehr. So, es leckt ein bisschen hier gerade. Ach, weil wir hier in ein fettes Dorf reinkommen, wo uns allmögliches angezeigt wird. Oh Gott, oh Gott. Na, beruhigt sich's langsam, ich hoffe. Ich renne einfach mal durch. Kann ich mit allen sprechen hier. Wo befindet sich denn unser Ziel? Wo müssen wir denn hin? Ich glaube sogar hier unten. Wir müssen dann, äh, warte mal, ich gucke aber immer gerade auf Karte. Äh, töte den Räuberhauptmann Rayland. Der ist doch hier vorne. Ah ja, okay. Diesen Ort betreten. Mehrspieler oder Einzelspieler? Erstmal Einzelspieler. Für mehrspieler leckt mir das einfach noch ein bisschen zu viel. Und wir haben mal wieder einen fantastischen Ladebildschirm vor uns. Ich hoffe, der A ist geht relativ fix. So, da ploppt auch schon wieder das nächste Missionsfenster auf. Töte 100 Kapuzenräuber. Töte 150 Räuberkämpfer mit einer Waffe mit Amulett. Töte 5 Räuberschützen Elite mit einer Waffe der Stufe 25. Okay, wir versuchen das natürlich. Aber ich glaube, das letzte schaffen wir nicht. So, erstmal gucke ich mich ein bisschen um hier. Scheint aber nicht viel zu geben hier. Außer eine Menge Feinde. So, dann kommt man ran hier. So, auch schon gleich wieder was aufgenommen. So, die nächsten. So, der lässt ein bisschen Gold fallen. Da schießt schon wieder einer mit Pfeilen auf uns. Ah, Clash Clash ist ein bisschen hartnäckiger. So, den hat's da hingerafft. Da gibt's ordentlich Kohle für. Wo ist der da? Ne, einer ist hier doch noch. Da. Auha. Das können knapp werden. Oh, dann nehm ich mal einen Heiltrank. So. Erwischt. Und wir dürfen das nächste, äh, in die nächste Map rein. Aber einen Heiltrank verballert für den Riesen. Ah, der hat auch übel reingehauen. Das, äh, ja. Oh, und ich bin natürlich gleich in den Kreis gelatscht. Naja, gut, wir versuchen's mal. Oh, nein, gleich schon wieder so'n fetter. Verdammt, 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 verdammt. Das könnte echt eng werden. Aua. Jawoll, ich hab auf dieses Level abgehofft. So gebetet, dass das kommt, ey. Friss das. Alter Schwede, heftig. Inventar ist schon wieder voll. Dann gucken wir natürlich mal schnell drauf. Und was so Neues gibt. So, Fertigkeitenpunkt. Was haben wir denn hier? Möchte ich fast da noch einen drauflegen. Auf Riss. Aktuelles Level. Wollen wir erst mal gucken. Den hier hätten wir auch mal einsetzen können. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber dann eher auf Riss. Meiner Meinung nach. So. Und wir schauen weiter. Achso, nee. Erstmal schauen wir ins Inventar. Was hier so Neues gibt. Aber das leckt auch schon gar nicht mehr so doll. Das finde ich gut. Oh, was ist das denn? Ach nee, die können wir ausrüsten. Und schon leckt es, ne? Kaum auf was draufgeklickt. Haben wir den Salat. So, die macht auf jeden Fall wesentlich mehr Damage. Haben wir den Iuletter dafür? Giftschaden. Habe ich das gerade verkauft? Ne, Amulett verbinden habe ich gemacht. Ich wollte das auch einfügen. Mist. Egal. Fügen wir erst mal das hier ein. Und auf die anderen beiden warten wir dann noch. Bis... Die müssen ja jetzt hier unten unten. Da sind sie. Es gibt dann einen Dreier. Ein Dreier. Amulett. Natürlich. Und das rüsten wir mal aus. Die hier. Verkaufen wir mal. Die auch. Jetzt haben wir drei Plätze frei. Das ist ja nicht... Na ja, nicht allzu viel. Hier, huh. Noch ein Stück nach oben. Noch ein Stück nach oben. So, die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. 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 Gut, damit würde ich sagen, können wir erst mal weitermachen. Mit dem Bestand. So, und dann geht es hier weiter. Und hier haben wir schon den nächsten Kreis. Und keinen Heiltrank, den wir nutzen können. Das gibt mir doch zu denken. Gut, egal. Rinder. Ah, die Waffe macht aber wesentlich mehr Damage. So, frisst das. Oh nein, schon wieder so ein Fettzack. Aber mit der Waffe geht es echt. Aber gut, okay. Wir haben schon voll viel Gesundheit verloren. Versuchen halt damit ein bisschen was dazu machen. Weil da haben wir schon wieder den nächsten. Boah, wir haben es vielleicht hinter uns. Boah, der war es gewesen, der uns so viel abgezogen hat. Oh, oh. Oh, scheiße, scheiße. Das wird ernst jetzt. Boah, ich muss pflichten. Alter, ich versuche das nochmal. Gib uns Gesundheit zurück. Na, frisst das. Ich glaube, ich habe es trotzdem mit dem Trank eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie das ging, aber egal. Hat er mich weggekickt. Ich habe schon wieder einen Trank benutzt, aber ich weiß nicht, wie. Ach, die kosten 20, äh. Krass. Jetzt kostet ein Trank 20, äh, Münzen. Oh, das muss ich doch jetzt schaffen. Komm schon. Jetzt habe ich noch einen Trank genommen. Scheiße einen drauf. Der kommt mir nicht davon. Geht doch. Das war es aber nicht wert. 20, äh, Kristalle für einen blöden Trank, ey. Boah, weh, hier ist nichts drin. So, mach auf das Ding. So, und, und, und. Unser Inventar ist voll. So, dann schauen wir nochmal schnell rein ins Inventar. Den verkaufen wir mal. Die beiden, äh, verbinden wir. Den hier. Den hier. Verkaufen wir auch. Na komm. Es leckt im Inventar einfach komisch. So, was ist damit? Hm, den verkaufen wir auch. Alles, was wir nicht brauchen. Wir brauchen einfach den Platz im Inventar. So, einmal kurz an der Nase gekratzt. Hm. Dies hier könnten wir mal anpassen. Amulette entfernen. Das kostet zwar ein bisschen, aber... Die sind ja eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Dauert auch ein bisschen, aber das macht nichts. Und wir ziehen weiter unserer Wege. Haben natürlich gerade noch was aufgenommen im Inventar. Und das möchte ich mir gerade doch noch angucken. Aber das ist das hier. Das können wir auch getrost verkaufen. So. Und dann verabschieden wir uns wieder und zurück ins Spiel, beziehungsweise hier hin. Hä, rennt er einfach weiter. So. Diesen Ort betreten. Und wir haben einen schönen Ladebildschirm. Kraftamulett verbessert deinen Schaden. Das weiß ich. Und wie immer brauche ich es ein bisschen, bis es hier lädt. Und wir sind... Ach, weil wir in der Stadt hier aufwachen. Stockt es einfach mal so eben. So. Und wir haben hier wieder auch eine neue... Dann ploppt dann auch gleich wieder dieses Missionsfenster auf. Das schließe ich mal schnell. So. Wir gucken auf Karte. Was müssen wir denn machen? Überbringen... Maddi die... Äh... Neuigkeiten. Machen wir. Aber... Erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Miggi. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.